Denkst du, das Ding wird hart? Ich glaube, das wird so Ihr fuckt mich alle ab, ich bin der Größte Ich brauche keinen von euch Heuchler-Rap Also Wir wissen ja, wie Babylon ist Also wie man Babylon beschrieben hat Und der Songtext Passt vollkommen dazu Und das Video passt auch vollkommen dazu Irgendwie finde ich, dass Bowser sich anhört wie Dings Bowser Ja, das stimmt Würdest du dir jetzt schon bewerten, da was Ja, der kommt in Excel Oder? Ja, mach mal weiter Komm Video 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 ist eine gute Achtung Musikalisch Musikalisch ist das Auch eine gute Acht Die passen sehr aufeinander, weil die Stimmen halt so klein sind eigentlich Also die Stimmenfarbe Songtext Ist nice Ja Ja, was für eine Benote gibst du den Text? Auch nach Also es gibt Video 6 War cool so, aber irgendwie Ich weiß nicht Hat mich nicht so gecatcht Dann Text war 7 Musikalisch Also Die haben sich halt echt gleich angehört So Und Video Mit Dem Lied und dem Beat Und dem Text Es hat halt gepasst Das ist schon so eine neue Okay Okay, okay, okay Okay